Aber es scheint auch wieder beim Galado Boy nicht zu funktionieren, oder? Noch kam keine Ablehnung, aber das, ja, da kam sie. Ach, das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. So, in der Zeit ruste ich mal hier alles aus. Da nehme ich mal das Goldhards beiseite. Und, ja, das langt eigentlich, ne? Hier braucht man nicht. Ich nehme jetzt einfach mal vorübergehend... Achso, der hat jetzt kommen wir nicht da drin. Das Stärke-Ding nehme ich jetzt einfach mal. Da könnte ich das jetzt einfach mal nehmen. Ja, da hat es wieder nicht geklappt. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. So, ich nehme jetzt einfach alles. Ich hau mal alles rein hier. Ich taupe mich ohne Ende. So. Was haben wir da noch? Äh, Willen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, wir machen los. Hannibal, Attacke, Attacke. Ich, äh, renne schon mal vor. Mach dann das hier. Ruste es direkt aus. Oh, scheiße. Das war leicht doof. Ich habe außerdem Viereck gedrückt. So, ich gehe schon mal rein. Hannibal, es geht los. Auch wenn du es eh viel später mitkriegst. So, achso, wir hatten ja eh ein bisschen Zeit hier. Stimmt. So, ich gehe schon mal hin. Das haben wir jetzt natürlich ein bisschen Zeit verloren. So, zu zweit ist er, glaube ich, eh richtig easy hier. Kann ich mir gut vorstellen. So, ich habe echt ein bisschen Angst. Hier, ohne, also mit zwei Händen. Da habe ich echt ein bisschen Angst vor. So, ich probiere mal Magie. Das hat ohne Ball getroffen. Oh, wow, wow. Na, komm, na, komm, na, komm. So, was macht er jetzt so? Okay. Aufpassen, aufpassen. Ja. Der hat mich auch getroffen. Und weg. So, der Hannibal hat das Ding natürlich in zwei Hände genommen. Traue ich mich nicht. Weil wenn ich sterbe, ist es ja auch vorbei. Schon. Da gehe ich dann doch lieber auf Sicherheit, wie gesagt. Ja, ich habe nicht mal ein Schild angerüstet. Ausgerüstet sehe ich gerade. So, mach mal ein bisschen Magie drauf hier. Weg. Und weg. Komm. Dann kommt das dicke Ding noch an. Was auch schon wieder falsch klingt. Alter, komm. So, nein, das war scheiße. Jo, das war scheiße. So, ich gehe ein Stück zur Seite. Ich trinke noch schnell was. Bock. So, ja, ich muss nachwaffen. Das mache ich gleich. Wenn ich eine ruhige Minute habe. Kann ich gar nicht, oder was? Wieso kann ich das nicht? Jetzt rastet er völlig aus. Okay, jetzt hat er nur sein Zweihand-Ding. Okay. Die zweite Phase haben wir alleine gar nicht erreicht. Die Frage ist, habt ihr deswegen gesagt, die Blocken lohnt sich nicht, weil das Ding einen wegballert. Ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht hier rauskriegen. Oh, wow. Haben wir dementsprechend schon. Okay. Ein bisschen weniger als die Hälfte hat er noch. Jetzt ist er natürlich langsamer. Was gut für uns ist. Schlecht für ihn. Oh, wow, wow. Okay. Das macht auch gut Schaden, da, das Ding. So, ich mache mal zwei Händen. Weg. Ich habe mich mal getraut, so ein bisschen. So. Okay, ganz ruhig runterspielen. Oh, wow, 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 wow. Na komm, na komm. Oh. Hannibal, Hannibal, Hannibal. Oh, dritte Phase? Oder ist der gestackert gewesen? Was war denn da jetzt los? Oh, wow, 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 wow. Dritte Phase, wie es scheint, oder? Oder? Doch nicht? Keine Ahnung. Scheint nicht so. Scheint jetzt nichts Neues. Oh, Kacke. Scheint nichts Neues dazugekriegt zu haben. Jetzt muss ich das hier alleine wuppen. Ich habe natürlich vergessen, noch den Buff zu machen. Und jetzt liegt es an mir hier. Und ich hoffe, es haut irgendwie hin. Kacke. So. Nein. Das war knapp. Oh, das war nicht so knapp. Nein, 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 nein. Jetzt wird es doch noch ein bisschen spannend hier. Und ich schwitze. An meinen Fingern. Nein, nein. Nicht so viel. Wollen. Nein. Nein. So, komm. Jawoll. Da geht er down. Oh, Mann, ey. Das war krass. Da ist mir fast das Herz stehen geblieben. So. Rauchritter, Seele und noch so eine andere Seele haben wir bekommen. Und was ist das da unten? Ist das die Krone des alten Eisenkönigs? Okay. Jetzt haben wir schon die Krone. Eine fahle Hitze glimmt in der uralten Krone. Aha. Okay. Und mehr gibt es hier nicht. Ich gucke mal nochmal da unten. Vielleicht gibt es ja doch noch was. Oh, Mann. Der andere? Nun der dritte Boss. Der ist oben. Okay. Also zurück zum Dingens. Dann gibt es ja im Prinzip nur eine Stelle noch. Die mir einfällt. Wo der Boss sein könnte. Also die ich ja vorhin angesprochen habe. Wo das rote Phantom noch da war. Wo es runter geht. Wo ich verflucht wurde. Ne? Wisst ihr wo? Ja. Genau da. Sunny ist auch noch da. Oh, Mann. Das ist dann der letzte Boss. Ach so. Ne. Wir müssen noch hier. Warte. Ähm. Bum, 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 bum. Wo war es denn jetzt? Da. Und. Jetzt muss ich. Das ist jetzt eine gute Frage. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier hin? Ich gehe mal ins Obergeschoss. Ich hoffe, das ist richtig. Ach, Kalix-Fern ist auch noch da. War so ruhig. Ich habe jetzt den Namen letzter Zeit nicht so oft gesehen. Ach, du bist schon wieder da. Ach so. So, ich gucke jetzt mal hier. Ob das hier ist. Ne, war es glaube ich nicht, ne? Das sah anders aus, oder? Warte, ich gucke mir mal hier kurz. Da. Ne. Warte mal. Ich gucke mal hier kurz lang. Jo. Das geht gleich schief. Das geht gleich schief. Das geht gleich schief. Ah, da war nur das Item. Okay. Weg einfach. Geh mal. Nein. Fall runter. Geh weg. Geh weg. Ich muss was trinken, sonst kann ich ja nicht durch. Scheiße. Ach. Komm, ey. Was? Was, was, was. Doch nicht da lang. Und dann wundert sich die Frau vom Internetverbrauch wieder. Ja. Das ist durchaus richtig. Aber wir streamen ja nur in 27p. Ne. Ähm. Ja, das war nicht hier, oder? Also, Möwe sagt, drittes Leuchtfeuer. Das ist aber auch nicht richtig, was er, äh, wie es gerade klang. Ganz oben war es auch nicht. War es denn? Das ist halt die Frage. Ich guck mal kurz hierher. Weil ich glaube, dass es hier war, oder? Obergeschoss und Fahrstuhl. Bin ich jetzt, ach so, Obergeschoss, ja. Okay, ich geh mal ins Obergeschoss. Komm. Wenn ihr das sagt. Dann geh ich jetzt ins Obergeschoss. Und dann mit dem Fahrstuhl. Ich guck mal kurz schnell. Agli, äh, Agli vorlesen. Obergeschoss. Und der Fahrstuhl links in der Wand. Okay. Gut. Dann bin ich ja schon nochmal hier. Dann hol ich mir schnell noch meine Seelen zurück. Ne, das können wir ja nicht so auf uns sitzen lassen. Weil Seelen sind Seelen. So, ich mach jetzt mal so hier. Dann zieh ich den bestimmt. Und dann kommt er, und dann ist er tot. Ah, ist er doch nicht tot. Und dann lebt er noch. So. Ey, ich hab noch einen Bogen in der Vode. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Nein. So. Meine Fresse. So, der war da der nächste schon in der Ecke. Und ich denke, der denkt, ich seh den nicht, ne? Warum hat denn der Scharni nicht? So. Uh. Hat er mich verarscht. Okay. Ja, geil. Meine Seelen sind genau im Feuer drin, oder was? Ist das ernst? Ne. Direkt dahinter. Schön. So. Gut. Dann schaue ich gerade nochmal, oder? Setze mich nochmal kurz hier hin. So. Fahrstuhl. Also, wie gesagt, Obergeschoss und der Fahrstuhl links in der Wand. Ich höre einen Fahrstuhl. Allerdings sehe ich noch keinen. Warte, ich gucke gerade einfach mal schnell. Wo der Fahrstuhl sein könnte. Ich höre den ja. Da draußen war jetzt keiner. Dann muss der ja quasi hier sein. So. Äh. Aber hier ist auch keiner. Die ist den anscheinend machen. Scheiße. Wow. Das könnte knapp werden. So. Wops. So. Ich höre da einen Fahrstuhl. Ich gehe jetzt mal hier lang. Okay. Da. Dann meinst du wahrscheinlich den da. Weil der ist in der Wand und der ist links. Also können wir das durchaus hinhauen. Ne. Ehe gesagt, hier muss ich hin. Manche sagen, du musst ins Foyer. Oh, jetzt habe ich den Fahrstuhl wieder verpasst. Manche sagen, ich muss ins Foyer. Manche sagen, ins Obergeschoss. Ich probiere jetzt erstmal das eine. Mal gucken. Ob ich da, äh, in neues Gefildel komme. Vielleicht seht ihr jetzt auch einen anderen Weg. Einen schnelleren Weg vielleicht. Oder halt einfach einen optionalen. Ach so. Da ist noch eine Tür. Stimmt. Da habt ihr ja vollkommen recht. Mit der Tür oder mit dem Schlüssel. Mit dem, äh, Turmschlüssel. Kann ich die Tür wahrscheinlich aufmachen. Genau. Das war die Tür, die ich meinte. Turmschlüssel benutzt. Schön. Ja, die Tür habe ich ja vorhin schon entdeckt. Da dachte ich mir schon, dass, ähm, der Turmschlüssel dafür ist. So. Dann. Ab nach oben. Und dann passt das ja. Und hier geht's auch schon wieder mit dem Geflüstern los, ja. Finstergeist. Ne. Invasion des Finstergeist Herumtreiber. Ja. Der aussieht wie so ein Predator. So. Backslap-Animation ist. Sound gab's leider nicht. Der war nicht da. Ey. Ey. Mach mal, mach mal halb lang. So. Wehe du. Rennst jetzt wieder weg. Ja. Wie so der andere. Wird er dadurch geheilt? Der Sound lag hier irgendwie, ne? Also, es liegt nicht an euch. Das liegt auch nicht am Internet. Das liegt irgendwie... Weiß ich nicht. Am Spiel gerade. Warte. So. Der ist tot. Yo. Komm nicht mal ein Trailingverband, ey. Was ist denn da los? Okay. Dann machen wir das Ding hier weg. Gute Nacht, meine. Schlafschütteln. So. Achso, die müssen wir noch einsammeln. So. Ich gucke mal kurz, warte mal. Was die Sunny schreibt. Mal gute Nacht gewünscht. Da so viel Zeit muss sein. Ach, komm, sagt er da. Ach, komm. So. Was? Ach, deswegen ist er noch nicht besiegt, weil die jetzt alle kommen, oder was? Der kommt mir vom Model auch irgendwie bekannt vor, oder? Oh, was ist denn, was ist denn da? Jetzt habe ich gerade auf den Chat geachtet. Ja, jetzt kommen sie alle hier, ne? Das gibt es ja nicht. So, die sind aber... durchaus leichter. So, komm her. Weg. So, ich hoffe, da kommen jetzt nicht noch wesentlich mehr von denen. So, zack. Zack. Okay, ein bisschen Leben hat er noch. Ah, scheiße. War ich zu langsam? Jetzt aber.